Hi, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um böse Menschen im Marketplace und Ebay Kleinanzeigen. Warum böse Menschen? Es gibt Leute, die schreiben euch, also wenn ihr im Marketplace und Ebay Kleinanzeigen irgendwas reinsteht zu Verkauf, dann gibt es Leute, die schreiben euch an und die haben nicht wirklich im Sinne das Zeug zu kaufen, was ihr verkauft. Da kann es sein, dass sie unter anderem, Moment, ich muss mal meine Hilfe mal aufmachen, ja, dass euch entweder die Geld im Umschlag schicken wollen, einen UPS-Boten vorbeischicken wollen, auf euren Netflix-Account zugreifen wollen, auf Disney Plus zugreifen wollen oder dass euch jemand anschreibt, der Krebs hat und einen Erben sucht, ja, kommt auch vor. Oder, ja, wie gesagt, den UPS-Boten hatte ich ja schon Geld im Umschlag. Ein paar Beispiele zeige ich euch, ist mir auch schon passiert. Bitte aufpassen auf die Zeichen, ich werde euch die Zeichen auch sagen, wie ihr das erkennen könnt. Dann fangen wir gleich an mit dem nächsten, mit dem ersten Beispiel. Das Beispiel nennt sich Geld im Umschlag. Also, er schickt einen Umschlag vorbei per Kurierdienst und es geht darum, dass ihr halt eure Adresse herausbekommt, damit ihr euch den Umschlag schicken kann. Also, nicht drauf eingehen. Wirklich. Und nur als Beispiel, wenn ihr jetzt sagen solltet, ja, mein Gott, ich mache ja eh alles über Paypal, da gibt es auch eine Betrugsmasche, die werde ich auch gleich sagen dann. Okay. Also, ihr könnt auch gerne stoppen und gerne lesen. Aber ich gehe jetzt einfach gleich weiter. Das sind halt die Dinger, wo ihr das erkennt einfach. Das ist zum Beispiel ein langer Dialog, den sage ich auch gleich. Da wird das sogar ein bisschen, da tut euch auch drohen, wenn ihr das Geld nicht überweisen solltet. Ja, nicht drauf einlassen. Hier zum Beispiel ein UPS-Bote. Ihr könnt es auch erkennen, erkennen. Wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Blödsinn dann hinschreibt, hier habe ich hingeschrieben, meine Adresse ist voll. Ja. Und er, er macht weiter mit seinem Text. Und da habe ich hingeschrieben, also auf der Seite Dombeudel, also Dombeudel habe ich hingeschrieben. Er erkennt das auch. Wie ihr es noch erkennt, wenn ihr auf das Profil von dem geht und dann die Kommentare von denen bei den Bildern anschaut. Wenn es lauter GIFs sind von irgendwelchen Leuten, dann wisst ihr auch schon, okay, das ist bestimmt ein Fake. Und wenn er unter Freunde mehrmals das gleiche Profilbild drin haben sollte, dann könnt ihr das auch erkennen. Und kann ich noch ein Beispiel geben? Ne, ich glaube nicht, das war das Wichtigste. Also da könnt ihr meistens und an den komischen Namen, wenn er einen komischen Namen haben sollte. Ich glaube, ich habe einen geschrieben, der hat König-Hu, ja, ich sage jetzt das nicht, so geheißen und ja. Naja, also, da kann man auch davon ausgehen, okay. Das ist zum Beispiel so ein langer Dialog. Da ging es auch um UPS-Booten, die ihr vorbeischicken wollt. Und ihr erkennt halt das auch, wenn er drauf besteht, dass man auf diese komischen Links da geht. Geht ja nicht auf die Links von denen drauf. Also die E-Mail erstmal ist harmlos. Nur wenn da drin irgendwelche Links sein sollte, ja, nicht drauf gehen. Es kann folgendes passieren. Entweder ihr ladet irgendwas runter, ihr bekommt Zugriff auf euer Handy, auf euer Laptop, auf eurem PC. Oder es öffnet sich eine Seite, wo ihr Bankverbindung eingehen müsst, oder irgendwelche Passwörter eingehen müsst, oder sowas. Ja, nicht drauf eingehen. Wirklich. In diesem Fall war er sogar sehr aufdringlich. Da habe ich es sogar mal eingehen lassen. Da habe ich gesagt, okay, wir können Paypal machen. Und da kam halt auf einmal, ja, hier hat er den UPS-Booten schon geschickt nach dem, und er will jetzt geförgstes Geld haben. Er hat sogar mehrmals angerufen über Messenger. Also, ihr könnt euch zum Beispiel einen UPS-Support auch schicken mal. Diese E-Mail-Adresse, die ihr angeblich bekommen habt von ihm. Also, zum Nachtesten. Ja, also, ganz dubios alles. Wirklich. Aufpassen. Und, wenn ihr die Leute auch ärgern wollt, also ihr habt jetzt eine E-Mail-Adresse gegeben, dann, so habe ich manchmal gemacht, dass ich halt geschrieben habe, nö, geht nicht. Und da habe ich ihnen irgendein blödes Bild geschickt, mit Optionenberechtigung zum Beispiel. Das kennt man ja von Outlook. Das habe ich ihn tausendmal geschickt. Hier, kann die E-Mail nicht öffnen. Wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, das ist echt cool, was sie dann alles hinschreiben. Und, probiere es jetzt. Ja, probiere es jetzt. Ja, das gibt es doch nicht. Das ist echt lustig. Das müsst ihr mal ausprobieren. Oder wenn ihr sie ärgern wollt. Das ist eigentlich ganz cool. Und, weil ich ja gesagt habe, wegen Paypal, bei Paypal müsst ihr ja eure E-Mail-Adresse angeben, damit ihr euch das Geld auf Paypal überweisen kann. Habe ich gemacht. Geld ist angekommen und was anderes ist auch plötzlich angekommen. Netflix hat mir auf einmal geschrieben. Das kann auch Disney Blood sein. Das kann auch Weiput TV sein. Das kann auch Schlag mich tot, welcher Streaming-Dienst noch sein. Das kann alles mögliche sein. Sieht echt aus. Aber hier, wenn ihr da rauf geht, auf den Dingen, da erscheint ja meistens die E-Mail-Adresse. Die könnt ihr dann kopieren, vorsichtig kopieren, nicht drauf gehen, vorsichtig kopieren und einfach mal eingeben. Gebt ihr einfach hier mal die E-Mail ein und bitte dazuschreiben seriös Fragezeichen. Nicht so eingeben. Es könnte sein, dass sich vielleicht dann der Link öffnet. Irgendwas doch mit dazu eingeben. Und dann kommen meistens schon Phishing-Mails oder verdächtige E-Mails. Diese E-Mails sind Spam, Mail von Netflix erhalten. Dann wisst ihr schon automatisch, okay, irgendwas stimmt daran nicht. Du könntest das fast mit jedem Absender machen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Nur als Tipp. Nur nicht auf die Links gehen. Wirklich nicht. In meinem Fall bin ich so vorgegangen. Erstmal habe ich bei mir Netflix am Fernseher nachgeschaut. Nicht, wenn ja das Passwort geändert werden sollte. Hier ein verdächtiges Einloggen in ihrem Netflix-Konto festgestellt. Wir haben hier Passworte aus Sicherheitskonten zurückgesetzt. So, wenn es ja zurückgesetzt ist und ich auf Netflix gehe, dann müsste ja ein Anmeldefenster kommen. Ist nicht gekommen. Netflix ging ganz normal. Erstens. Zweitens. Warum soll ich mein Passwort ändern, wenn Netflix funktioniert? Das ergibt doch keinen Sinn. Also, immer aufpassen. Wirklich. Die sehen echt aus wie normale Mails. Aber es sind halt die Kleinigkeiten, wo ihr achten müsst. Also, wirklich gut aufpassen. Das ist aktuell hier. Man sieht es ja auch am Datum. Ich habe dachte, ich sage es euch jetzt lieber nicht, dass noch irgendwas passiert oder so. So, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, das hilft euch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es ruhig. Hat es euch schon mal erwischt? Lasst es mich gerne wissen. Wirklich, das kann echt jeden erwischen. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Gut aufpassen. Danke. Ciao. 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 Ciao.